hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal hot sky und zwar hat ich hier alles angeht also ich war erst mal dabei und habe meine farmen verändert damit es hier nicht mehr so leck ja jetzt raktiere ich leck und habe die lösung gefunden ja es lag daran dass da ein haufen loot rum lag ich glaube die farm wie gesagt wird umgebaut und immer dafür gesorgt dass hier die items dann auch weg geschickt werden ok wie ich gerade sehe ist halt granikus nicht viel auf jeden Fall so was gedruckt und Wendel ist es schon weg ja wie gesagt farm ist umgebaut und ich habe mich darum gefümmert dass sie endlich mal britannia boom wachsen mit diesen moots bähnen bzw binder bähnen wie ihr aber wisst und die werden wir jetzt immer alle verhandeln und die werden wir jetzt immer alle verhandeln wie gesagt den Hühnen haben wir ja genügend davon Apropos Hühner wir müssen auch unbedingt die noch mehr hüben püchen und dann würde ich vorstellen wir bauen die insel wieder aus so weißen haben wir auf jeden fall noch festgefunden anfangen grüner haben wir bestimmt auch hier noch wir gucken ob ich noch eine mooswälder habe das kann ich ja glaube ich gar nicht einladen mit mit dem einladen 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 mit dem an dann aber wir flücken jetzt erstmal alle von hand Grün sollten wir auf jeden Fall haben, weil wir beide probieren, dass wir grüne Eier brauchen. Wenn wir uns gleich machen, dann haben wir eine Daisy-Born Idee für die Boppel. Dann haben wir schon wieder, wenn es zu viele Alpen sind, fängt es an zu lagern. Ich glaube das reicht erstmal. So, die wir machen jetzt mal für Korruption. So, die Boppel sind. 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 und Oh, ich bin schon 17. Und den können wir als grüne Hühner machen, 2 R brauchen wir nur und sind am Start, Die gehen wir zum Boden und jetzt werden wir uns dann schon mal getragen. Wir hätten die erlaubt da rum zu bleiben. Oh, Kaka! Die Chosen Zippe, die Abwechslung voll. dann wirst du noch schlafen gehen. Ich habe mir die Fakten gleich mit eingebaut. Ich bin verdammt. Und dann kann man sie auch ein Entzeugen. Das brauchen wir erstmal nicht. Wir brauchen aber Expo... Eigentlich kann ich schon mal das hoch. Aber das wollen wir jetzt auch mal ran. Eigentlich braucht man ja so weiter, findet man ja noch. Jetzt sind die schon neue Blöcke angekommen. So wir brauchen... Wir brauchen eine Blöcke. Wir brauchen eine Blöcke. Wir brauchen eine Blöcke. Oh, noch im Wasser einer. Wir brauchen eine Blöcke. Das hat dann die Blöcke schon ausgebucht. Wir brauchen eine ganz frische Blöcke. Näher .. Weißwurmen .. Unmittelkörsen ... Unmittelkörsen ... Ich muss jetzt so rüber laufen oder was? Achso, den brauchen wir nicht weiter zusammen. Ich habe noch einen Kieren. Zum Mondstein Und Hotz Ich habe da so viele Eier noch Ich habe hier überhaupt ein ganzes Platz Ich habe hier eine gute Zeit Das ist die Zeit so und so 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 So, warte mal darauf, dass es sich schön verwandelt, sollte nicht lange dauern. So, wie werden denn jetzt die Bezahnerin gewonnen, dass man sich vielleicht baut, ob alles so aussieht wie eine echte Welt. So, wie werden die Bezahnerin gewonnen, wenn man einen Bezahnerin gewonnen hat. Die Oberen werden nichts noch einmal an der Spürchen Und dann haben wir unser Mahnerbecken. Und dann haben wir unser Mahnerbecken. Und dann haben wir unser Mahnerbecken. Und daraus machen wir unser Mahnerbecken. Müssen wir nur schnell mal gucken wie der war. Und dann haben wir unser Mahnerbecken. 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 Das ist gut. Und dann haben wir unser Mahnerbecken. 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 Wir brauchen eine Pflanze wie Mahnerbecken. Und dann haben wir unser Mahnerbecken. Und dann haben wir unser Mahnerbecken. Wir brauchen die Pflanze wie das Mahnerbecken. Und dann haben wir unsere Mahnerbecken. Wir brauchen unsere Mahlerbecken. Und dann können wir unser Mahnerbecken. Und dann können wir uns noch mal auf der Mahnerbecken. Wir brauchen das Mahnerbecken. Das ist ein Mann, das ist ein Blumen. Eigentlich könnten wir doch da unten drücken nehmen, oder? Oder wir gehen hier? Und das war das jetzt für den Muttern. Ich hab mir die doch noch über den Muttern. Oh! Ich bin der Fondmich, ich habe gerade mit dem Temmich. Ich habe ein Wunsch auf den Gewinn gespielt. Ich habe den Wunsch gespielt und hatte auch ein paar Wunsch. Ich habe den Wunsch geführt. Ich habe das noch wenig gepasst, damit es so nicht aussieht. Das wird mal los. Da, mal los. Warte, mal los. Die Schiege, die Möne. Fuß und stellen. So, jetzt brauchen wir noch Pflanzen die wir noch produzieren. ... ... ... ... ... ... ... und so ein bisschen hier und so Jetzt ist es auch gleich warum ich sie zu groß gewohrt habe. Dann braucht man noch mehr machen. Bis zum nächsten Mal. 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 Ist uns ja eigentlich ganz bekannt, was hier drin steht. Wo ist denn der Button? Hier wird endlich mal ein Button. So. 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 So, türkis. So, um, ja, ja, ja. Okay, 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 okay. This is the piece. Und wenn du waltest jetzt dein Arzt an? Das ist gleich her. Dann gibt es wieder rückwirkung. Wird doch zu tief ordentlich. Und dann geht es weiter. Jetzt können wir halt auf diese Art und Weise Okay Das ist besser, warum das nicht noch mal so fiese Pflanzen ist. Aber wir haben jetzt noch mal schon neue Produkte. So, jetzt haben wir 6 Stück davon, sie müssen müssen reichen. Hier gehts viel aus, finde ich. Und das ist auch ein paar Worte. Ich habe den Worte und der Worte. Ich habe den Worte und der Worte. Das kann ich noch nicht produzieren, aber ich kann die mal nutzen. Müssen wir noch ein paar Sachen packen. Ich hoffe, dass wir zwei kriegen. Aber jetzt sind wir bei den 3 Minuten. Ich klinge immer dieses Becker jetzt so, dass wir von mir nicht mehr irgendwo zeigen können. Also von mir fehlt es noch, dass er so sieht. Ja, hat er abgebucht. Nein, ich weiß es noch nicht. Ich muss den unten drunter packen. Nichts. Aber noch ein bisschen maler. Oder ein bisschen. Das geht noch nicht. Das geht. Das geht noch nicht. Das geht noch nicht. Gut. Lassen wir das Ding erstmal ein bisschen produzieren. Wir haben hier ein paar Ersatzpflanzen. Und damit wir hier weiter kommen werden. Und ich werde nochmal da. Das ist ja gut. Wir haben hier eine rote Kase. Wir haben hier wieder gelbe Kase. Und wir haben ein oranges Ei. Wir machen so Eier. Das ist ja so. Jetzt können wir noch mal ein paar Fälle vor. So jetzt können wir noch mal ein paar Fälle vor. Wieso? So, alles klar, wenn das besser doch gelacht sollte, haben wir es geschafft, was wir wollten. Die Modfrauen haben wir schon immer gebraucht. Scheint das so richtig zu funktionieren. So, in den nächsten Minuten verabschiede ich mich, wenn meine Sheena 10 Minuten sieht, und schon sagt, dass ich mich nicht dabei habe. Ich hoffe, ich bin froh.